ARD Text im Auftrag von Funk 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 Ich hab mehr Fuß! Jetzt bin ich hier an der Wand nicht so gesprungen. Come on! Oh nein, ich bin daneben gesprungen, ich raffe! Nein! Oh Mann! Ja, da ist das Zweite. Ja, was ist? Harten kämpft, harten kämpft. Ja, seh ich auch so. Und mit Bande rein, mit Bande rein, pass auf! Los doch! Was ist los? Was ist los? Da wolltest du zaubern! Er wollte nicht! Nicht mit mir! Oh nein! Was war das? Wie ist mein Auto explodiert? Du wurdest gesprengt! Warum? Weil ich mit Buste nicht reingeknallt bin. Wenn du irgendwie zwei, drei Sekunden durchgehend wüstest, kriegst du so eine lila Spur unter den Reifen und dann kannst du Autos kaputt fahren. Oh nein! 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 Jetzt verkack ich aber gerade richtig, ey! Jawoll! Das ist doch nicht zu glauben, Mensch! Jawoll, jeder kommt rein, Kessler. 4-0-1. Nein, ich bin so ein... Ja! Ist klar! Ist klar! So, haben wir das jetzt wieder klargestellt hier alles, oder was? Oh, ey. Ah, was das ist. Normalzeit. Oh Gott! Oh Gott! Schafft er es vielleicht ein Tor zu schießen noch? Niemals! Ich kann das nicht dulden. Ich fahr aber auch gerade wie so ein... Kleiner... Wie so eine Öffrau. Ah! Nein! Oh! Oh ja! Wo kommt er noch vor? Zusein! Haha! Krap, ich fahr wieder hier ins Tor rein! Okay! Ich flipp aus! Komm schon! Mann! 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 Das kann doch nicht wahr sein! Ja! Komm schon! Ach! Posten mit dem Nagel! Schiehst du den Ball immer nur mit dem Sprung oder auch immer normal mit Anschieben? Ganz selten! Wenn ich den Ball unter Kontrolle kriegen will! Mit dem Einzelsprung oder Doppelsprung? Meistens mit dem Doppelsprung, wie gesagt, hier mit dieser Rolle. Oh! Ich weiß nicht, ob du es noch mal gesehen hast bei mir. Oh! Du kommst immer drauf an! Du kommst immer drauf an! Du kannst ja mit dem, wenn du die Richtungstaste drückst beim zweiten Sprung, dann machst ja entweder eine Rolle nach links, rechts, vorwärts oder rückwärts. Welche Richtungstaste? Mit dem linken oder mit dem rechten Stick? Also den, da in den Album. Dann machst du so eine Rolle in die Richtung. Und das kannst du dann halt dazu nutzen, dem Ball den Drall zu geben, den du haben willst. Ich mach das zum Beispiel, ich demonstrier das mal eben, wenn ich jetzt hier vorbei fahr. Ja! Oh! Sorry, ich hab's auch gerade probiert mit dem... Ja, du musst, ja ich hab's gesehen, du musst den Analog-Stick dabei nach vorne drücken. Dann machst du so eine Vorwärtsrolle, dann kriegst du mehr Druck dahinter. Ich wollte, dass wir mal hier... Ich jetzt einmal ausprobieren. Analog-Stick? Ach so! Okay. Ja, und wenn du das halt zur Seite machst, dann machst du so eine Barrel-Roll. Ah, okay. Ah, jetzt verstehe ich. Alles klar. Gleichstand! Jetzt ist ausgeglichen. Ich glaub, jetzt hab ich auch alle Infos rausgehauen. Wie geht so aus? Das ist, glaub ich, schon so ein bisschen advanced, ne? Also so mit Rolle und Salto und so. Ja, das ist halt echt viel mit reinfuchsen, ne? Und als nächstes... Wuhuuuhu! 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 Aber hast du gesehen, wie ich den gespielt hab? Hast du das gesehen? Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Wunderschön. Wunderschön. Ich sehe, mein... mein Unterricht trägt Früchte. Ja, ja, definitiv. Wunderschön. 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 Ich glaube, das braucht viele, doofer Kontrolle zu kriegen, manchmal bei den hohen Sprüngen. Ich hab keinen Buch! Ich hab keinen Buch! Ich hab keinen Buch! Ich hab keinen Buch! Wunderschön! Wie ist das denn jetzt dafür? Du hast 3 zu 1 gespielt? Jaaa! Jaaa! Ja, aber noch vier Minuten zwanzig Zeit. Oh nein! Wenn du am Anfang den Boost schon so viel ausnutzt, dann wird's echt schwer, wieder an den Ball ranzukommen, wenn man den Start verkackt hat, ne? Ja. Ah, fuck! Nein! Ja. Und komm, und komm, und... Das gibt's nicht! Nein, kein Eigentor, bitte nicht! Nein! Ich wollte gerade einen Daumen hoch für die Glanzparade gehen. Guck dir das mal an hier, dazwischen. Ich dachte, du bist. Aber dafür hab ich's jetzt in den anderen reingekommen. Abzüge in der B-Note. Ah! Stopp! Ah! Jaaa! Er hängt hier oben an der fucking Wand fest! Guck dir das mit dir jetzt mal an! Ich spring da hoch! So! Ja, ja. Kannst du jetzt nicht sehen? Ich häng' oben an der Wand! Ja, ich weiß, du musst dann schon wieder runterfahren, wenn du an der Wand fährst. Ja, ja. Das ist witzig, ey. Oder eben, oder halt abspringen. Das kann doch nicht wahr sein! Oh! Nein! Jetzt aber! Komm schon, bitte! Nein! Oh Gott! Ich nehm' meinen eigenen Schutz dir das Ding holen, ey! Ja, das war echt glücklich für mich! Jetzt bist du ja schon wieder die Scheißkerle! So, komm her! Komm runter, Ball! Ah! Und! Nein! Nein, Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Was tue ich? Ich weiß es nicht, aber zum Glück kein Tor schießen! Zum Glück für mich! Oh nein! Und dann fahr ich so krass am Ball vorbei. Nein! Oh Gott, wie kacke war das. Oh Gott! Gibt's nicht. Jetzt aber! Komm schon! Nein! Ey, ich raste aus. Oh ja! Nein! Scheiße! Hart, der war hart, aber das war auch ein bisschen Glück, dass du da genau in dem Moment gerade reingesprungen bist. Ja. Oh, hier in Saltos, ey, es ist so ganz klar. Ich wisch mich auch dabei die ganze Zeit, wie ich immer so nach vorne gehe, im Stuhl. Und die reißen so, wenn ich die Ball treffen will. Herrlich. Oh nein! Jawoll! Das Anschlussding, 1,43 noch. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, das kann doch nicht wahr sein. Wieso kriegst du den Abstoß immer besser hin als ich? Das ist echt nicht mehr zu passen. Ach da. Oh, nicht immer. Mist. Jetzt bin ich dran. Scheiße! Ja, 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 ja. Ich rieche mir vor. Und... Ah! Oh! Oh Gott! Jetzt aber! Ah! Komm schon! Nein! Komm schon! Komm schon! Komm schon! Oh nein! Verschätzt! So, jetzt aber! Und voran! Oh Gott, das tue ich! Oh Gott! Aber der Ball rollt noch! Der Ball rollt noch! Der Ball rollt noch! Weg mit der Pegel vor meinem Tor! Nein! Einfach mal akkurat! Nein! 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 Scheiße, das war's. Oh! Kacke! Das ist schwierig, ey!